Hi Leute! Und hier ist wieder meine Lia. Ich habe sie in die Schale gemacht. Übrigens, das ist diese Babyschale. Sie hat hier so Teddys drauf und so. Ich habe ihr noch den Schnuller angezogen. Meine Freundin hat sie dieses T-Shirt an und diese... Wie man das auch nennen mag. Und ja... Die Farbe ist hier so. Und von der Seite. Sieht so aus. Und das ist eben eine echte Babyschale. Und die habe ich jetzt... Also die habe ich dann eben gekriegt. Ja... Kann man auch hier so schön schaukeln. Das sind auch so Gurte. Damit kann man niemanden einschnallen. Da auch. Und... Da ist auch noch so was zum dran machen um diese Dinge. Das Teil da. Ja... Und ich wollte euch jetzt Lias Bett zeigen. Und ja... Also das ist Lias Bett. Das ist diese Unterlage von dem Video, was ich auch benutzt habe. Dann ist hier das Kissen. So ein Disney-Kissen. Dann so ein Kissen vom Sofa. Kissen eben. Und dann liegen hier normalerweise noch so Kuscheltiere. Und sie liegt oder schläft eben oft auf meinem Sofa. Und dann ist noch hier die Decke, mit der ich sie zudecken kann. Das ist sozusagen wie nochmal eine extra Matratze. Obwohl hier von Sofas ja schon was. Aber naja. Habe ich einfach so dann hingemacht und gefaltet. Sieh. Das ist die Decke. So. Die ist so... Pink, Lila. Und so sieht das aus. Mein Sofa. Da liegen hier noch Sachen. Meine Hose. Also für Lila. Ja. Und die Jacke, die ich noch habe. Ja. Das ist Lias Bett und die Babyschale, die ich euch mal vorstellen wollte. Das ist so... Das ist so... Das ist so...